Einen doppelten Espresso. Bitte. Hey, das sind jetzt alle Teilnehmer fürs Finale. Wollen wir die vielleicht nochmal zusammen durchgehen? Ich hab noch was zu tun. Kriegst du das doch ohne mich hin? Okay, alles klar. Die Gäste warten, Jauzi. Hey, schöne Frau. Hallo. Was machst du denn hier? Ein Zeichensetzen. Also hattest du recht und Tristan hat uns noch was vorgemacht mit seiner Entschuldigung. Er hat sich zugegeben, aber das war auch nicht nötig. Ein Blick in seine Augen reicht. Dann mach dir keine Sorgen. Tristan wird nichts mehr gegen dich oder uns beide unternehmen. Und was macht dich da so sicher? Weibliche Intuition.